die johle was gab und willkommen zu meintraff zur weibigen und wieder team so weit wie es mit dem raflp und ja und wir sind die der aktuelle im jahr und entgegen mehr schießt auf der map 3 h ist unter vielen paar leute irgendwie aber scheiß drauf und wir sind admins ja hat fast eine eisenbrust bekommen und ich hätte ich habe ich hätte das was also du hast eh eine holzschwert er hätte fast eine ähm hey da ist eine typie wo die mir die eisenbrust geklaut hat die holen wir uns oder naja denn die holen wir uns hey digga bleib mal stehen ach du scheiße er ist jetzt wirklich da drunter gesprungen unser teampartner schaub bei uns gell gut ich habe fünf herzen aber scheiß drauf wir haben die eisenbrust leider nicht bekommen erste fallschaden verreckt runter in die lava wir hätten sie uns das team rot gut ach du scheiße der dritte einfach kein einziges mal ey Achtung einer von team rot ist schon voll wo bist du ich bin noch hier ich bin bei team rot bei dark red oder bei ich bin bei team rot okay ist ledig ist ledig lasst sich einfach ein wengel jaja langsamer damit dass ich dich einholen kann ja ja auf jeden fall die oha der hat den bogen so ich bin knappe zehn blöcke hinter dir den hole ich mir den mit dem scheiß bogen ich brauche auf jeden fall essen ich ja auch aber hab hier groß fleisch okay den schaffen wir kommen den schaffen ja die schaffen wir die schaffen wir der ist tot alle gehen durch alter so kriegt man doch kein essen so kriegt man keine rüstung ich kann gleich nicht mehr sprinten hoffentlich bitte bitte lass den essen haben ja und der team kamerad ist auch schon tot alle gehen drauf ey ich kann nicht mehr sprinten okay da kriegst du noch was sonst findet man doch auch immer so viel zum essen oh man ja ich hab jetzt die musik ein bisschen leiser geschalten ich hoffe jetzt nur dass man meinen pc nicht hört los holen wir nein scheiß block im weg oh hast du keine angel oder so ne leider nicht aber der hat nen bogen oder so ja nen bogen hat der aber er hat alle pfeile an mir verschossen essen dürft er vielleicht noch haben ja man weiß nicht hat der er so oh ich brauch schnell alter schnell essen ich brauch noch was an essen oh gut scheiße 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 alles scheiße okay okay weiter oh eine axt los wir müssen weiter sonst finden wir nichts mehr ja ja wir müssen auf jeden fall unbedingt essen finden das ist auf jeden fall da ist ein da ist ein gegner der hat schon eine schöne brust für mich oh ja den boxen wir schön ins wasser der hat essen gehabt ja jawoll da kriegst du auch noch nen bogen rammbogen rammbogen also dann brauchst du ne huse nicht ein goldhelm eisen äh kettenhelm brauchst du nicht der ist nämlich so scheiße so ähm essen da oh essen oh ja sehr schön es reicht erstmal wieder für ein paar sprints aber hier ist alles geblüht oh holzachse boah ey die braucht man ja so oft ey wohnen habe ich da hinten da hinten ist der nächste hier ist einer draufgegangen Kettenhelm wo ich seh ich seh dich nicht hä wo bist du ich bin ich bin noch ah ich seh dich ich seh ich komm 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 da hinten ich werde gleich nen Apfel essen Achtung Lava ja ja ich weiß schon warte da hinten ist noch ne Ruhe ah leider sie ist schon geplündert ok hier war irgendwo einer aber von mir kippt sind wir eigentlich schon ganz gut ausgerüstet nur ja ja essen ja essen ist eben hä wo ist der hin man hier ist alles noch sehr frisch hier brennt feuer komm hm wo ist der wohl das leben auch noch relativ warte mal ja scheiße ich hab gleich schon wieder ah hast du ein Level ja ich hab ein Level ich auch da hinten da hinten da hinten oder ich meine immer ich seh Namen ja ja das kommt aber auch von dem Bun Plugin nein aber ich meine ich hab weiter weiter weg Namen gesehen ja jetzt wie keine Ahnung so ich hab da ne Kette also hast du eh schon wir rennen jetzt mal zum spawnen und dann verzaubert mein steinschwert ja ja am besten sprintest du nicht mehr ey wir hatten noch nie essensprobleme ahja eh wieso machst du es in eine truhe rein da komm schon schärfe warte ich verzauber noch meine axt mein steinschwert ist ein wenig besser als ein eisenschwert komm schon komm schon komm schon gegner schnell bevor uns das essen ausgeht also ah ich hab noch ein paar Äpfel da ach so ok ja nochmal ein steak oh ja da hinten da hinten da hinten da sind ganz viele nehmen ja die sind wahrscheinlich das wasserloch hoch geschwommen ja ja team grün nein ich bin ins wasser geplumpst jawoll hab ein da drüben ist team gelb ich hab alle zwei geschlachtet ey ok komm da hinten brauchst du ein steinschwert? ja 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 auf jeden fall warte ich muss noch futtern so von dem zeug könntest ah essen da ohja wieder essen gut gut ok weiter schlachten komm hinter uns hinter uns ich bin tot ich bin tot ach hab ihn alter wie knapp nein ich bin da runter geflogen ok ich bin runter geflogen warte ich geb die Ausrüstung ok ah ist ich bin hier nehm den Eisenheim mit ja ja im Deathmatch kann es nicht mehr geben ok brauche ich nicht mehr glaube ich wer lebt noch ach so noch ein paar Healtränke rausholen hier zack 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 ja ja du kannst mich angeln so viel du willst ey ja ja das ist natürlich einfach auf jeden fall wie lange nehmen wir auf ich seh das nie so richtig acht Minuten acht Minuten acht Minuten wir machen jetzt noch eine kurze Runde Endmap oder ja ja also ich würde sagen wir sehen uns in der nächsten Runde also bis gleich so hier sind wir jetzt in der nächsten Runde und ja eine kleine Map murmelt hier gegen es passt hier grad sehr gut und ja ja rennen wir hoch oder runter ja wir rennen nein hoch hoch nicht so du nimmst die rechte die linke zack 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 ne Waffe habe ich schon mal ich auch komm und ganz viel essen auf der Map kriegt man eigentlich so wen ähm eher weniger Essensprobleme nämlich hier kriegt man ja ok Holschwert ok gut so unser Team es sind es gibt nur zwei Teams Achtung der hatte die Axt weg 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 ich bin down ja ja dann schauen wir noch Marni zu wenn ich nicht da auch ja ich bin tot na gut dann machen wir noch mal eine kurze Runde das war jetzt ein wenig zu schnell zu Ende also bis gleich ja bis gleich so Leute ja wie ihr seht so weit wir gehen jetzt wieder an die größere Map aber scheiß drauf wir sagen einfach YOLO scheiß auf alles wir haben wir in vier Teams geklettert ja andere Maps gab es halt grad nicht also ohja LOL was es sind einfach zwei Niki mit Y hinten läuft von gelbem Team nein ich habe außer sehen die Schwerter nicht genommen nur die Rüstung ja komm oh der hat ein Schwert weg geworfen danke auf jeden Fall an den wow wow was war denn das für ein Standbild ey alter so nette Leute wo bist du ich bin bei dir komm ich habe ein Eisenbahn ja ja alter so glück wie wir so verfolgt werden wir zufälligerweise nicht wir sind alter für fast reingeflogen geh hast du ne Angel ne zum raus boosten zufälligerweise nicht okay dann machen wir hier Team Blau oder Achtung wow egal die haben fast nicht jeder hat Waffen ja so erster down ein dir sogar hey da ist unser Team Kamerad was wie hat der jetzt eine Waffe bekommen keine Ahnung achso das ist mein Team Partner schau mal Manni zu ja schon wieder die blauen Team das blaue Team haben wir gleich komplett ausgerottet bleib stehen ey das ist doch so ne Pussy ey wir schon wieder haben wir können aber ich würde das genau das gleiche machen ja schön mit F50 wow was der geht die Kombos alter du hast zwei Dias oder nein er hat mich gekillt oder ich hab zwei Dias hab nen Stick nein Junge ich brauch nen Stick ich schalte ihn wieder ein wenn es spannend wird Stick Stick ich brauch nur nen Stick ey ey jetzt hab ich zwei Dias und find keinen Stick dein Ernst warte Stick komm schon brauch nen Stick Mann Jo jo wahrscheinlich ah hier war noch niemand der antwortet einfach mal nicht ich stehe mir scheißegal was ich hab das wurde hier schon geplündert denn schon haben wir keine Essensprobleme ey Essensprobleme sind scheiße ich bin gleich noch alleine oh nein oh nein oh nein oh nein oh nein ja da ist mein Teampartner ich rette ich werde drauf gehen wow und man ist gerade drauf gegangen unser Teampartner gleich noch hinterher ja also unser Team ist weg also ja ich würd sagen das war's mit der heutigen Folge bei mir noch nicht ich mach jetzt noch ne Runde ja ok dann komm sag ich Jodo ich mach auch noch einen also bis gleich so hier in der nächsten Runde Breeze Island auch wenn sie Jahre dauern könnte ist mir scheißegal ja und wieder in vier ja vier Teams wow ok ich hätte mich Eisenschwert komm 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 ich hab den Start verpasst ich hab Nachricht auf Skype ich bin hier oben ich bin hier oben hinter dir hinter dir hinter dir hier oben ah auf dem Baum campt er der kleine Camper oh nein hoffentlich ok er zockt Sims 4 der Patrick ja der PartyLP falls ihr ihn noch kennt von Arena Prall zockt Sims 4 ey wo bist du ich bin da weiter gerannt ich bin gleich auf dem Berg yeah ah da ist ein Melonen 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 oh ja Essen Essen ist auf der Map ganz wichtig warte ich geh hier schon wieder verstrau Köpfler ui wiii bam alter in echt sollte man das keineswegs überleben hey nein drüben sind glaub unsere Teampartners aber zuerst plündern wir hier die ganzen Truhen der hätte ich hier mal sagen ja also ich kenn mich bei der Map eh nicht aus ich renne hier raf 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 und solle mich für die Schwemme 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 ich sage gerade an einen Aussichtspunkt und ich glaube dem Sieg ist wieder zu laut so also bei mir passt jetzt alles uo 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 nicht schön unserem Teampartners folgen ich bin nicht mal in deiner Nähe hey komm zu mir wir klatschen jetzt ein ich zeig dir lieber nicht mein Eisenschwert ACHTUNG ach du scheiße what uo 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 Ja, jo, mit drei Schlägen war ich am Arsch. Ja, und das war jetzt die letzte Runde von Minecraft Team Survival Games. Ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da und dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Runde von Team Survival Games, also macht's gut, bis zum nächsten Mal, ciao. Ciao.